So und jetzt geht es noch ins beliebteste Fahrzeug der Messe. Wir stehen vorm BUMO, eine Kabine komplett aus Holz verkleidet und jetzt kommt mal schnell mit und ja schaut mit uns da rein. Das wird spannend. Der erste Eindruck von diesem Fahrzeug und das finde ich ganz speziell, der Geruch und den können wir euch leider nicht hier per Video transportieren, aber ihr könnt euch vorstellen, ihr würde quasi in den Wald hineingehen. Es riecht hier total ein bisschen nach Harz, nach Holz, einfach nach Natur. Das finde ich ja schon mal richtig cool an diesem Fahrzeug. Dazu dann diese riesige Sitzlounge. Ein total großes Fenster, damit man auch was von der Umgebung mitbekommt, selbst wenn man hier drin ist. Und ja, da hinten gibt es noch jede Menge Türen und Klappen und ich glaube, da machen wir jetzt noch die ein oder andere auf davon. Ja, hier dahinter verbirgt sich nicht nur eine große Garderobe. Nein, das wahre Highlight ist hier. Hier geht uns das Herz auf. Ein richtig großer, geiler Kühlschrank und das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben bei diesem anderen beim Sprinter, bei diesem 4x4. Wer braucht denn in einem Allradfahrzeug so einen kleinen Kühlschrank? Und wir gucken hier unten gleich noch rein. Das ist ja größer wie zu Hause. Ja, das nenne ich Platz. Und mit so was kann man ja dann auch wirklich lang raus in die Wildnis gehen. Wir sind in der Küche angekommen. Hier drüben haben wir ein Gas. Ja, wir haben hier quasi alles. Ein Gaskochfeld, wir haben ein Elektrokochfeld und hier drunter verbirgt sich das wahre Highlight. So, schön festmachen. Man kann auch mit Holz kochen. Hier drin macht man dann Feuerchen und dann kann man hier oben direkt über dem Feuer kochen. Das ist ja auch eine richtig coole Sache. Und natürlich gerade auch wieder, wenn man Offroad unterwegs ist, richtig praktisch. Dann haben wir hier eine richtige Tür und die führt uns dann ins unglaublich große Bad. Trenntoilette haben wir hier drin. Eine große Dusche. Hier eine Duschwanne dazu. Auch alles aus Holz. Ja, ein kleiner Radiator ist auch verbaut, damit man die Tücher aufhängen kann und das Ganze auch wieder trocknet. Ja, wenn man dann duschen will, dann gibt es hier einen kleinen Trick. Weil wird ja alles nass, das doch blüht. So. Dann klappt man hier einfach das alles um. Zack. Und jetzt ist die Wanne bereit zum Duschen. Zum Schluss kommt das Bett hier ganz hinten. Damit man hier nicht irgendwie noch hoch springen muss, gibt es eine Treppe, die ist quasi ausziehbar. Genau. Und wer ein bisschen Privatsphäre mag, der mag, der macht hier einfach noch die Klappe zu. Und dann ist, oh, richtig cool geworden, das Fahrzeug hier. Ja, also ich würde mal sagen, hier würde, glaube ich, jeder sofort einziehen. Das Coole ist ja auch, man kann die Wohnkabine auch separat vom Fahrzeug irgendwo deponieren. Es gibt das als Aufbau für den LKW. Man kann aber auch ein Veko haben. Preislich natürlich ein klitzekleiner Unterschied. Richtig cool gemacht. Ja, den großen Geldbeutel, den sollte man dann aber schon einpacken. Ja, Bumo ist eine junge Marke. Die gibt es erst ungefähr ein Jahr am Markt. Und mittlerweile ist uns natürlich auch vollkommen klar, warum dieses Fahrzeug hier das beliebteste Fahrzeug zum Angucken ist. Manch einer mag hier drin nur träumen und ein paar weniger, die werden sich das tatsächlich überlegen und vielleicht sogar unterschreiben. Ich bin ja gespannt, ob wir je unterwegs in Bumo auf der Straße antreffen werden. Und wenn ich mir ein Fahrzeug auswählen könnte, dann wäre das nicht der Bumo, der ist ein bisschen groß, sondern dann wäre das da hinten dieser Landcruiser. Mit diesem Aufbau 4x4 autark wie in Australien. Ein absolutes Traumfahrzeug. Wenn ich wirklich wünschen könnte, dann wäre es dieser hier. Die Messe ist gut besucht, auch an diesem Sonntag. Die beste Zeit. Ich war ja die ganze Messezeit über hier. Der beste Tag, der ist übrigens Dienstag. Mittwochs sind dann Schulklassen hier. Auch der Tag ist noch einigermaßen okay. Also Dienstag und Mittwoch kommt man so richtig geil durch die Hallen. Das erste Wochenende war absolut voll. Dieses Jahr zum ersten Mal ist an den Wochenenden auch jeweils eine Stunde früher offen. Das heißt, um 9 Uhr geht es hier dann bereits los. Unter der Woche dann erst um 10 Uhr. Ja, und ihr seht den Anrang jetzt hinter mir. Wer ganz früh hier war, heute am Sonntag, am letzten Sonntag, der hatte die Hallen sicher noch eine gute Stunde für sich. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt wird es hier auch gleich zu laut. Nach einer kurzen Pause im Pressezentrum stürzen wir uns jetzt wieder ins Getümmel. Es werden immer mehr Leute an diesem Sonntag. Aber an der CMT gibt es natürlich noch viel mehr zu sehen. Denn der CMT ist nicht nur Wohnmobile, Wohnwagen, Camper. Sondern auch ganz viel Touristik. Alle Länder sind vertreten. Und da gibt es dann noch eine ganz spezielle Halle mit Golf und Kreuzfahrt. Also es ist ganz schön was los. Wir gehen weiter mit euch durch die Halle. Hoffen, dass es euch gefällt. Schreibt unbedingt unten in die Kommentare, ob euch solche Messen, Videos gefällt, ob wir mehr davon machen sollen. Wir brauchen noch so ein paar Inputs von euch für die kommenden Videos. Was wünscht ihr euch? Wir sind ja bald in Hamburg an der OO, die Freizeitmesse. Und wenn ihr Bock habt, dann machen wir auch da wieder ein Video. Einfach unbedingt unten hinschreiben, ob euch so Messevideos gefallen. Dann werden wir mehr davon machen. Und ja, dann kommen auch wieder mehr Videos. Wir gehen jetzt aber los. Ab in die Touristik. Wie schon angedeutet, bietet die CMT wirklich eine unglaubliche Vielfalt für alle Zuschauer oder alle Besucher. Und das ist wirklich richtig cool. Wir haben richtig Spaß hier. Zwischendurch gehen wir hier mal ein bisschen Golf schauen. Oder wir schlendern zusammen durch die Tiny Häuser. Das ist ja auch so ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt. Diese kleinen Häuschen, die man aufstellen kann. Eine gute Alternative für ein kleines Zuhause. Mal schauen, wo uns das noch hinführt. Steffi hat da schon so ein paar Ideen. Ihr kennt sie alle. Aber jetzt suchen wir erstmal etwas zu essen. Das haben wir nämlich heute noch gar nicht gemacht. Vor der Europareise war ja die Weltreise. Und wir haben euch schon ein paar Mal erzählt, dass wir auf der Weltreise ja auch mit Campern unterwegs waren. Unter anderem mit diesem Modell hier allerdings in Kanada. Das hier ist ja die amerikanische Version. Aber die Fahrzeuge sehen genau gleich aus. Und ich glaube, wir gehen da auch mal noch schnell rein und zeigen euch, wie unser Camperleben so ein bisschen gestartet hat. Ja, das ist jetzt gerade so ein richtiges Déjà-vu. Ich weiß genau noch, wie wir jeweils hier an der Bank gesessen sind. Hier oben lagen die ganzen Prospekte drin. Ja, das ist hier auch der Fall. Und ja, dann sind wir hier schon lange gesessen, haben die Route geplant. Da oben lagen unsere Rucksäcke. Richtig große Backpacks lagen da oben. Ja, da hinten haben wir dann geschlafen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, geduscht haben wir nicht hier drin. Ich glaube auch nicht. Das weiß ich nicht mal mehr. Aber ja, hier kommt natürlich dann auch die Liebe zum großen Kühlschrank her und solche Sachen. Also das ist jetzt wirklich eine richtig geile Zeitreise für uns. Das war das erste Mal, dass wir mit einem Camper unterwegs waren. Ja, genau. Und ich weiß noch jedes Mal, wenn wir gekocht haben, aber wirklich jedes Mal ist dieser scheiß Gasalarm hier oben ab. Wir waren immer das gespöttes Campingplatz, weil bei uns ging wirklich täglich dieser scheiß Alarm ab, bis wir dann tatsächlich irgendwann die Batterie rausgenommen haben. Zeigen wir noch das Bad. Ja, mit großer Duschwanne. Hier haben wir das Bad. Genau. Toilette haben wir, glaube ich, ab und an benutzt. Und ich kann mich jetzt, wenn ich hier das Waschbecken sehe, kann ich mich wirklich auch erinnern, dass wir hier dann jeweils Zähne geputzt haben und so. Ja, coole Sache, so ein bisschen in Erinnerungen zu schweben. Vielleicht finden wir ja tatsächlich noch ein paar Bilder auf unserer Festplatte, dann würden die jetzt gleich folgen. Ja, was wir mit diesem Ungetüm, mit dem wir übrigens nie auch nur irgendein Problem, was die Größe betrifft hatten, ja, als wir da unterwegs waren. Wir haben da drin Bären gesehen, riesige Hirsche. Wir waren in Kanada unterwegs. Es war ein Traum. Bilder ab, falls das jetzt kommt und sonst tut's mir leid, dann geht's direkt mit der Messe Stuttgart weiter. Nach einer kurzen Pause im Pressezentrum sind wir jetzt wieder zurück. Wir haben Wünsche von euch erhalten. Zu Forster zum Beispiel sollen wir gehen und das machen wir jetzt auch gleich zusammen. Wobei, vielleicht liegt Bürstner sogar noch vorher am Weg, dann werden wir erst da noch einen kurzen Halt machen. Ihr werdet sie jetzt gleich sehen. Vor dem Pass haben wir, wie versprochen, nochmal schnell bei Bürstner rein. Hier haben wir einen Citycar gefunden, Harmonie Line 603. Und der hat mal, was die Sitzgruppe angeht, sowas anderes. Denn hier gibt's quasi gar keine Sitzgruppe. Es gibt gar keine Sitzbank. Man hat einfach die zwei Fahrersitze, die man umdrehen kann. Und dann gibt's hier den Tisch, den man entsprechend dazu dreht, so wie man den dann grad mag. Und hier einfach mehr Ablagefläche. Und eigentlich haben wir uns überlegt, also die meisten nutzen ja diesen Camper oder diese Kassenwagen zu zweit. Warum also braucht man eigentlich eine Sitzbank? Diese Frage haben sich ja die Ingenieure oder die Entwickler von Bürstner wahrscheinlich auch gestellt und haben entschieden, da mal was anderes zu machen. Und ja, irgendwie finde ich das auch ganz cool. Gibt hier ganz schön viel Platz und Stauraum, den man natürlich auch anderweitig dann nutzen kann. Ansonsten, sag ich mal, ist das Ding so mehr oder weniger Standard. Wir haben hier eine kleine Küche mit zwei Kochfeldern. Hier hinten haben wir einen Kühlschrank. Der ist ein bisschen höher, als das in vielen in dieser ganz kleinen Variante ist. Dafür ist er relativ schmal und jetzt auch nicht besonders tief. Darunter gibt's dann nochmal ein Fach. Ich würde mir ja dann eher einen höheren Kühlschrank wünschen, als noch ein Fach. Aber naja, ich glaube, wir sind da einfach wirklich sehr anspruchsvoll, was Kühlschränke angeht. Und hier haben wir ein extrem tiefes Fach, das man dann auch wirklich gut als Garderobe nutzen kann. Das Ganze auf sechs Metern ist natürlich schon eine sportliche Ansage. Hier gibt's dann auch noch ein Bad. Der Waschtisch zum Herunterklappen. Ähm, ja, speziell. Wo läuft denn das Wasser? Da hinten runter? Ah ja, da hat's einen Abguss. Okay, das soll so sein. Wir gehen weiter. Wir haben ein Akku-Problem. Okay. Jetzt sind wir hier bei Forster. Wir haben auch das Modell gefunden. Jetzt haben wir aber gerade so lange mit dem Verkäufer gequatscht, dass ich das schon lange wieder vergessen habe. FT649 und wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken uns mal an, wie denn diese Fahrzeuge so gebaut sind. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Ja, hier haben wir eine schöne Sitzgruppe aus Leder. Das macht natürlich schon mal ein bisschen was her. Und wenn ich so nach oben blicke, dann ist da oben nochmal ein Bett versteckt. Das gibt hier also ein Mechanismus, dass man da nochmal ein ganzes Bett, ein Einzelbett herunterlassen kann. Gehen wir mal ein Stück weiter. Hier haben wir die Küche. Einen schönen großen Waschtisch, da kann man ordentlich abwaschen. Zwei Flammenherd und das ist wahrscheinlich der Kühl... Nein, das ist nicht der Kühlschrank. Ah, hier. Gar nicht recht geguckt. Hier, riesig groß, hat dann auch wieder diese Schublade hier unten, wo man die Flaschen reinstellen kann. Schön großes Gefrierfach, doch so macht Kühlschrank Spaß. Dann haben wir hier oben nochmal ein Fach, da ist noch eine Lüftung drin. Hier, genau, gibt es für das Kochen sogar noch eine Lüftung. Auch sehr schön. Und dann gucken wir hier noch rein. Bad mit Dusche ums Eck. Hier hat es dann auch eine Abtrennung. Und hier haben wir sie, ja. Hier haben wir im Knaus bei unserem, als wir den gemietet haben, vermisst. Hier gibt es dann auch die Halterung, damit hier nichts klappert während der Fahrt. Das ist doch perfekt. Ja, und hier hinten geht es zum Bett. Wir haben hier zweimal Betten. Es gibt einen Durchgang, hier kann man dann auch bequem aufs Bett hinauf steigen. Und jetzt haben wir hier unten riesiger Schrank. Da unten haben wir auch einen riesigen Schrank. Aber ich möchte mich da nicht immer bücken. Und das muss ich auch gar nicht hier in diesem Auto, weil, schaut euch das mal an. So, jetzt komme ich hier ganz bequem an diesen riesengroßen Schrank heran. Auf der anderen Seite geht das natürlich auch. So, machen wir hier wieder zu. Falls hier drinnen übrigens euch ein bisschen gerade zu hell ist, das kann man einfach dimmen. Ich weiß nicht genau. Ah, schau jetzt sieht es aus. Ja, muss man noch ein bisschen testen, aber das geht auf jeden Fall. Licht kann man hier verändern. Ja, und dann gibt es ja noch dieses Bett und das lassen wir jetzt auch mal noch schnell runter. Ja, dann kommt das Bett. Auf Schlüssel umdrehen kommt das runter. Und dann gibt es hier doch wirklich nochmal so eine schöne Ablage. Und der Halterung an gibt es auch irgendwo noch eine Treppe, damit man da auch hochkommt. Ja, richtig schönen Platz gibt es hier. War ein guter Tipp von unserem Follower. War ein guter Tipp, genau. Weil der Herr vom Autohaus, weiß es noch. Lutz in Darmstadt. Genau, der hat uns auch erklärt, man kann diese Fahrzeuge mieten. Und am liebsten ist den Verkäufern sogar, man mietet die für eine Woche. Damit man so richtig in das Gefühl hier kommt für dieses Fahrzeug. Natürlich wird der Mi-Preis bei einem Kauf dann auch angerechnet. Also eine feine Sache. Wenn euch das Fahrzeug interessiert, Forsthoff, ja, macht schon was her. So wie ausgestellt, kriegt man das Fahrzeug für ein bisschen unter 52.000 Euro. Und das ist doch auch mal noch eine Ansage für so viele wirklich klasse Kniffs drin. Cargo Camper stellt hier auch was sehr Spannendes vor, nämlich so ein modulares System. Man kann einerseits das Ganze als Werkstattwagen nehmen, als Transporter, was auch immer. Man kann aber auch die Module so einbauen, dass man dann ein Bett kriegt, dass man einen Tisch machen kann. Also eigentlich auch was ganz Spannendes für Leute, die sagen, ich möchte mein Van nicht fix ausbauen. Der wäre dann hier zum Beispiel richtig. Übrigens, Chassis ist hier ein M1. Ja und jetzt ist der Akku wirklich alle, wer mehr sehen möchte von diesem Camper. Ja, der geht einfach bei den Pataschas vorbei. Die haben den ganz detailliert porträtiert. Das war's von der CMT 2019. Unsere erste Messe und die war nur so cool wegen diesen da. Und wir haben euch ja schon gesagt, welche Fahrzeuge ihr alle hier sehen könnt. Aber wenn ihr die ganze Messe nochmal detaillierter sehen wollt, dann gibt es das natürlich auch hier bei der Schalldose. Oder natürlich bei den Pataschas. Es war wunderschön mit euch. Vielen lieben Dank für die Woche. Es war grandios. Ihr seid echt die Besten. Und wir freuen uns schon auf das Wiedersehen. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben. Das wisst ihr alle. Das war's. Tschüss.